Ja, Marius spielt gerade ein Counter-Deck, der hat... oder ein Token-Deck. Lass gerne in der Hand rein. Ist nur ein Elfen-Deck. Ist nur ein Elfen-Deck. Ähm, alle Kreaturen haben plus... Weiß nicht mehr viel. Ich muss noch, äh, 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 sechsen... Ne, wieviel war eins? Äh, vorhin war es mal plus sechsenvierzig, plus sechsenvierzig. Ne, jetzt müssten es... Was?! Äh, jene Kreatur! Äh, äh, 54... Ne, wird nicht mehr gedoppelt. Wird nicht mehr gedoppelt. Wird nicht mehr gedoppelt. Achso, dann, äh, Entschuldigung, dann krieg ich hier... Habe ich viel zu viel... Ach, doppelt ja die ganze Zeit hier! Wahrscheinlich dürfen ja nur die Elfen der Topens liegen. Also plus elf, plus elf haben die sowieso schon mal immer als extra Bonus. Was?! Äh... Ja, ich hol mir erst mal noch mal einen Elf aus dem Denk. Ja, hol du dir mal einen Elf aus dem Denk. Uh, plus eins, plus eins und Forrest Walk ist so jetzt gar nicht so schlimm. Plus zwölf, plus zwölf, alle! Du könntest ja Lars angreifen, Forrest Walk. Ja, komm mal mit einem bei jetzt. Warte, 13, 13... Du hast doch 6 AP, Lars. Ja. Also mit einem... Dann machen... Sagen wir mal die Angriffe an. Mit einem dreißig greife ich Lars an. Was?! Einunddreißig! Einer! Okay. Mit einem greife ich Lars an. Was? Wie viel hat der denn jetzt? Mh... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Fünf... Und sieben und zwölf... Ne, und acht... Acht... Zwölf... Dreunzeig bleibt. Ja, fünf und sieben ist doch schwer zusammenzählt. Oder acht. Ich vergreife dich mit, wie viel hast du zum Blocken? Eins, zwei, drei, vier, zwei, sechs... Ne, der kann nicht blocken. Der ist so getappt. Sechs, dann greife ich den mal mit... Ach, sagen wir mal zehn an. Das ist ein Rundzeig. Ja. Und ich greife mir den Rest an. Aber warte vorher... Wie viel ist denn der Rest? Warte doch mal, warte doch mal. Bleib doch mal locker. Ja, das will ich wissen. Jetzt kriegen wir erstmal noch zwei von den Jungs. Plus ganz viele Counter drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Das ist völlig egal. Wenn die keinen Trampel haben, ist mir das eh erstmal egal. 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35 Counter... Musst du eigentlich irgendwas jetzt tappen oder so? Weil du die die ganze Zeit getappt hast? Ja, dann tappen wir bitte alles. Ja... Ich mag hier das nur noch irgendwie. Ja, das sind 34, 34 Counter. Das sind man ja, ne? Ähm, die beiden muss ich jetzt tappen. Was ist mit den Vieren da oben? Und den muss ich tappen. Was ist mit denen? Nö. Die hättest du eben die ganze Zeit getappt. Ja. Aber jetzt nicht. Aber jetzt nicht. Ich tappe ja jeden ab. So, mit dem Rest greife ich dich an. Wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Kann ich blocken? Ja. Und wie viel kommen dann durch? Wie viel Schatten? Nur noch einer, ne? Einer kommt noch durch. Ja. Äh, der macht dann in der Tat... Ähm... Bin jeder raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Nur fünf. Fünf, ähm, und achtzehn, dreizehn, neun, vierzehn, vierzehn. Gut, dann habe ich noch zwei HP. Warte mal, wie viel HP haben denn deine überhaupt? Weil bei dir stirbt ja jetzt auch einiges. Ja. Ganz viel, glaube ich. Mhm. Na sag mal. Was habe ich hier gesagt? Vierzehn, ne? Vierzehn? Vierzehn haben die ganz normalen Eins Einser. Der hat 28, 28 Trample. Also der niedrigste... Moment, der hat 28, 28 Trample, ne? Ja. Ähm, und die hier unterschiedlich. Das haben wir gesagt, äh, sind allein schon... Warte mal, du hast... Okay, dann kommt... Die beiden sind 35, 35... Nein, wenn der Trample hat, dann bin ich doch eh kaputt. Ja, guck. Wenn der Trample hat, bin ich doch eh kaputt. Gut. Also ich könnte 16 Kreaturen blocken, aber da der Trample hat, kommt er... Eine mehr im Endeffekt durch. Effektiv mit einem mehr durch, dann bin ich kaputt. Ja. Ja. Aber knapp. Das war eine sehr... Durch diese scheiß Verdoppelungskacke! Ja, ja auch so... Nein! Das hätte ich... Verdoppelung... Nein, 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 nein! Oh, ich hätte Marius in einer Runde kaputt haben können. Wie denn? Mit meinen ganzen Fliegen, wo ich durchgekommen wäre. Du durftest ja auch verdoppeln, in letzter Zeit. Oh, dann hätte ich hier die viermal weggenommen. Wahnsinn! Ja. Ne, Moment, aber... Was denn? Das ist, dass ich jede Runde jetzt... Wie viel... Ich weiß gar nicht, wie viele Token hier liegen. Aber das alles in... Das wird ja mal exponentielle Stärke eigentlich. Ja. Und ich habe nur einen Wellwisher liegen. Ja, und ich kann aber 40 Schaden in einer Runde hätte ich locker machen können. Ja, und dann tappe ich ihn in dem Moment als Fast Effect und dann wieder... Wie als Fast Effect? Ja, kann doch tappen. In der Angriffsphase? Oder in der Blockphase? Ich verliere Lebenspunkte und bevor ich die Schaden angerechnet kriege, kann ich ihn ja tappen. In der Blockphase, das geht? Klar. Ich kann tappen, weil ich will. Ne, das glaube ich nicht. Das ist während des Angriffs. Das ist eine Ability. Das ist eine Tapp-Ability. Das ist wie ein Instant. Kannst du immer spielen. Aber nicht zwischen der Schaden... Aber nicht zwischen der Schadensverteilung. Der Schaden wird verteilt... Die kannst du nicht mal unterteilen nehmen. Ja. Und dann bist du tot. Ja, ne. Kann ich in dem Moment doch noch tappen. Ne, das geht nicht. Definitiv nicht. Das ging früher. Dass du glaube ich noch HP dazukriegen durftest, nachdem du auf 0 warst. Nein, das... Ich meine das geht nicht mehr. Das geht nicht. Oder? Nein, nein, nein. Dann hättest du ja 80 HP effektiv. Ich hätte sowieso schon viel mehr, wenn wir keine Lebenspunkt-Obergrenze hatten. Ja, wir haben immer eine Lebenspunkt-Obergrenze gemacht. Okay, trotzdem hab ich gewonnen. Also hast du ja 80 HP cheer. Das ist ein Ha Hoş Skt. Oder cause ich auch три bzw.